Servus zusammen, hier auf Kummer Tactical. Dieses Video hier ist aus der Idee heraus gestanden, also ich habe mit dem Frank hier gequatscht, das stelle ich gleich noch vor. Es gibt momentan recht viel Kritik an der Kampagne des VDBs, deswegen habe ich mir hier den Vizepräsident des VDBs eben geschnappt, den Herrn Frank Satzinger, wer ihn nicht kennt, ja, der hat mal zusammen mit dem Matthias Heinrich Oberland abends gegründet, danach seine eigene Firma in Lünberg hier gegründet, Norleit, und ist seit März diesen Jahres sehr verdient der Vizepräsident des VDB geworden. Und wir haben in der letzten Zeit immer wieder auf Social Media so einige Kritikpunkte, die immer wieder angesprochen werden, und ich habe mir gedacht, wir machen hier ein FAQ und reden mal wirklich darüber, wir nehmen diese Fragen und haben hier mit dem Frank ein offizielles Statement des VDBs dazu. Erstmal, Frank, cool, dass du das mitmachst, danke, dass du dir Zeit genommen hast dafür, weil wir sitzen hier auch in unserer Freizeit da und drehen dieses Video, und ja, eigentlich, wie gesagt, der Frank hat eine Firma, produziert eigentlich Waffen, aber Kuppenumtat recht wenig dazu, war ja viel auf dem Messen unterwegs. Danke für die Einladung und für die Gelegenheit, dass wir ein bisschen was klarstellen, was die Next Generation und die Operation Reset betrifft. Ich muss dir leider gleich widersprechen, du hast gesagt, es gibt viel Kritik zur Next Generation. Es gibt Kritik, aber natürlich ist das überwiegende Anzahl des Feedbacks, das wir bekommen, ist positiv. Das ist das typische Problem mit Social Media. Ich muss sagen, es braucht einer schreien, der überdeckt zehn Leute, die sagen, es ist toll. Es ist einfach die Geschichte, wenn immer wieder Leute irgendwie in die Negativstimmung reinbringen, du musst zehn Leute kriegen, die eine positive Bewertung schreiben, damit sie den einen, der rumjammert, wieder unter Kontrolle kriegst. Und deswegen machen wir das eigentlich, um den Prozentsatz der Leute, die jammern, ein bisschen kleiner zu machen. Gut. Die erste Frage, die ich mir hier eben zusammengestellt habe, ist, ihr sagt doch immer wieder, das Waffengesetz in Deutschland ist eigentlich schon streng genug, das muss nicht geändert werden. Wir haben eines der strengsten Waffengesetze der Welt. Warum fordert ihr jetzt ein neues Waffengesetz? Dass das Waffengesetz nicht geändert werden muss, ist so nicht richtig. Es muss natürlich geändert werden, aber in einem positiven Sinne, sprich hin zu einer Verschlankung, Entbürokratisierung und Liberalisierung. Wir haben in Deutschland wohl, da hast du recht, eines der strengsten Waffengesetze in Europa, wenn nicht weltweit. Aber das ist wahrscheinlich auch eines der unverständlichsten und am wenigsten handhabbaren Waffengesetze, zumindest in Europa. Und davon müssen wir dringend weg. Und dafür wäre es schon mal sinnvoll, wir würden Vorgaben, die aus Brüssel kommen zum Waffenrecht, nicht übererfüllen, wie wir es in letzter Zeit getan haben, weißt du selber aus leidvoller Erfahrung. Und natürlich auch mal einen Blick zu den europäischen Nachbarn werfen, also explizit nach Österreich oder in die Tschechische Republik, wo die gleichen europäischen Anforderungen gelten, es ja aber völlig anders umgesetzt wird. Österreich ist ein gutes Beispiel. Die haben ja eigentlich mit der Waffenrechtsverschärfung oder Waffenrechtsnovelle der EU, haben die eigentlich dafür genutzt, ihr Waffengerecht eigentlich mal wirklich sehr zu modernisieren. Also man sagt es ja immer wieder, der österreichische Waffenbesitzer ist der klare Gewinner aus der ganzen Geschichte, weil außer dass wir immer noch keine Vorderschaftsrepetierflinten haben dürfen, ist ja alles bei denen deutlich vereinfacht worden. Ja, es ist übersichtlich, es ist handhabbar, sowohl für den Handel als auch für den Kunden, weil aus dem österreichischen Waffengesetz relativ klar hervorgeht, was darf ich, was darf ich nicht. Das ist beim Deutschen leider nicht der Fall. Ja, ein ganz großes Problem, was wir halt im Deutschen auch haben, ist, das Waffengesetz ist ja noch nicht genug. Wir brauchen ja noch dazu Verwaltungsvorschriften. Wir brauchen teilweise das Polizeigesetz, weil bestimmte Sachen nur im Polizeigesetz noch mit drin sind, was das Thema Kontrollen zum Beispiel angeht oder Transport. Die Richtlinien stehen nur im Polizeigesetz drin, was ein normaler Bürger normalerweise keinen Blick reinschaut. Wir haben das Beschussgesetz. Was haben wir denn noch an so Sachen, die mit reinkommen? Das waren ja eine ganze Liste, was Relevanz hat. Ja, die AWV auch noch dazu. Also wir haben fünf oder sechs Rechtsvorschriften, die sich alle in dem Bereich Waffenrecht kümmern, die zum Teil alle nicht so eindeutig sind, wie sie sein sollten. Und das führt gerade in letzter Zeit ja auch zu Gerichtsurteilen, wo man offensichtlich erkennt, dass mittlerweile das Waffenrecht auch interpretiert wird. Also der Thema Schlüsselverwahrung. Schlüsselverwahrung, ganz, ganz gutes Beispiel. Jetzt die Diskussion mit dem Schießnachweis für die Überkontingentwaffen, die ja auch in einigen Bundesgebieten jetzt wirklich ein relevantes Thema werden. Wäre das Waffengesetz so klar, wie wir uns es alle wünschen, dann gäbe es diesen Interpretationsspielraum gar nicht. Und wir hätten alle klare Regelungen. Da muss er ja an der Stelle zum Beispiel auch sagen, ich als Händler und der Frankfurtswahrung natürlich auch kennen, wir haben eigentlich ein bundesdeutsches Waffengesetz, aber wir haben trotzdem die kommunalen Behörden interpretieren das manchmal sehr, sehr eigen. Also ich habe zum Beispiel erst den Fall gehabt, dass eine kommunale Behörde absolut keine Vorderschaft Repetierflinte in den Vorentrag für den Sportschützen geben wollte, mit der Argumentation, der ist ja nur für selbstladende Waffen, das ist ja eine Repetierwaffe. Und ich musste der Person am Telefon erklären, was ein glatter und gezogener Lauf ist, weil die Person das nicht wusste. Wenn das eindeutiger wäre, das hast du schon gesagt, wird das für mich als Händler deutlich leichter, das wäre für den Endverbraucher deutlich leichter und es wäre auch für die exekutiven und judikativen Behörden deutlich leichter. Das ist der Punkt. Also ich glaube, dass viele Ordnungsbehörden, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass viele Ordnungsbehörden auch ihre liebe Not mit dem Waffenrecht haben. Stellen werden ja auch in den Ordnungsbehörden immer wieder mal neu besetzt. Die Einarbeitungszeit in so eine schwierige Gesetzeslage, die ist natürlich enorm und man kann den Damen und Herrschaften, die da eben in der Waffenbehörde sind, wahrscheinlich manchmal auch gar keinen Vorwurf machen, dass es manchmal zu komischen Aussagen kommt, weil sie ganz einfach in ihrer Absicht keinen Fehler zu begehen beziehungsweise etwas Falsches zu machen, halt erst mal ablehnen, sie vielleicht selber erst mal einlesen müssen in die komplizierte Rechtslage. Das könnte man natürlich auch alles auffangen, indem man ein Waffengesetz schafft, das deutlich schlanker und klarer ist. Die zweite Frage, die man immer wieder hört, ist, dass die FDP ja aktiv den Gesetzentwurf, der vom BMI gekommen ist, also vom Bundesministerium des Inneren, abgefangen und abgewehrt hat. Und jetzt fallt ihr nicht der FDP damit in den Rücken, dass ihr sagt, wir wollen jetzt eine Gesetzesveränderung haben, weil die FDP hat ja erst mal gesagt, nee, gibt es erst mal nicht. Ja, der Eindruck mag vielleicht entstehen, aber dem ist natürlich nicht so. Also die FDP hat tatsächlich den Referentenentwurf zu Beginn des Jahres vom BMI abgelehnt mit dem Hinweis auf den Koalitionsvertrag. Da haben sich alle Parteien, bevor sie in diese Koalition eingetreten sind, geeinigt, was sie denn tun wollen, welche Vorhaben sie bearbeiten wollen in der Legislaturperiode. Und da gibt es eine relativ eindeutige Regelung zum Waffenrecht, nämlich, dass das Waffenrecht erst angefasst wird, in welche Richtung auch immer, wenn eine Evaluierung erfolgt ist. Und mit Hinweis auf diese Regelung im Koalitionsvertrag hat die FDP es eben abgelehnt, das Waffenrecht zu verschärfen in dem Fall, gemäß dem Referentenentwurf, ohne dass die Evaluierung erfolgt ist. Jetzt wissen wir beide, die Evaluierung ist mittlerweile erfolgt. Kannst du mal für die Zuschauer kurz erklären, was mit der Evaluierung gemeint ist? Die Evaluierung war so vorgesehen, dass man sich die Gesetzesveränderungen, größtenteils natürlich Verschärfungen, der letzten Jahre, oder fast Jahrzehnte, muss man sagen, vornimmt und schaut, welche Regelungen haben sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, wie haben sich die Änderungen auf die Kriminalstatistik ausgewirkt, Stichwort Deliktrelevanz. Und so war es gedacht. Interpretiere ich mal. Und man kann es auch so aus dem Koalitionsvertrag herauslesen. Das Bundesministerium des Inneren hat es sich jetzt mit der Evaluierung recht einfach gemacht, indem sie einen Fragebogen an wie viele Behörden, aber auch an Verbände geschickt haben. Und im Prinzip nur sehr eingeschränkt evaluiert haben, nämlich eigentlich nur die letzte Gesetzesänderung betrachtet haben. Das ist natürlich keine Evaluierung, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart war. Und ich denke, Interpretation meinerseits, so sieht es auch die FDP. Also aufgrund dieser durchgeführten Evaluierung, das Waffengesetz zu verändern, zu verschärfen, geht nicht. Ich muss sagen, die Evaluierung hat auch ein, zwei positive Aspekte hervorgebracht, nämlich in der Form, dass ja am Anfang die Nachtsichtgeräte, Wärmebildgeräte, die für die Jagd ja jetzt erlaubt sind und die Schalldämpfer durchaus kritisch ja beäugt wurden. Du kannst dich sicherlich erinnern. Das wurde überprüft und in der Evaluierung kam raus, dass mit beiden keine Deliktrelevanz festzustellen ist. Das heißt, beides ist kein Problem. Man könnte also weitermachen in die Richtung, das ist ja auch eine der Forderungen unserer Kampagne, Schalldämpfer für Sportschützen freizugeben. Nachdem bei den Jägern nichts passiert ist, ist das ja auch legitim. Und von dieser Lösung der Wärmebildgeräte und Nachtsichtgeräte, die man ja recht abenteuerlich auf die Zielfernrohre vorne aufsetzt, was technisch jetzt nicht so die ganz gute Lösung ist, hin den Weg zu gehen zu Wärmebildzielgeräten und Nachtsichtzielgeräten. Das heißt, das ist dann eine Lösung, die nur in einem Gerät ist. Ja, die auch meistens sehr viel erschwinglicher ist. Also, wo man sagt, gerade Jungjäger oder Ähnliche, die hätten einen Riesenvorteil davon, weil es gibt zum Beispiel von Zeitmarkt, gibt es Geräte, die tauglich sind, die in den USA oder in anderen Nationen sehr verbreitet sind mit einer guten Leistung. Die hat im Bereich so 500, 600 Euro liegen und nicht 2000 Euro Gerät plus Optik. Okay, ja, richtig. Grundsätzlich kann man ja auch sagen, die FDP hat ja hier sehr liberales Gedankengut, was das ganze Thema angeht. Wird auch immer wieder eine Frage aus der Community, also nicht aus unserer Community sein, sondern generell aus dem Volk sein. Ja, wozu braucht ihr das Zeug? Das kann doch eigentlich verboten bleiben, weil, oder es kann doch verboten werden, wer braucht es ja eh nicht? Und die FDP hat ja auch hier eigentlich schon immer das Gedankengut gehabt. Ein Verbot ist ein sehr harter Eingriff in das Recht eines Bürgers. Also ein Verbot muss einen Grund haben. Also man verbietet Atomwaffen, bei Atomwaffen kann man als Privatperson nicht wirklich was mit anfangen. Also man könnte es vielleicht sammeln, aber ich sage mal, das Risiko ist hier so enorm groß, dass man damit irgendwie Blödsinn macht, selbst aus Versehen, dass man Probleme mit hat. Genauso wie halt Krankheitserreger oder harte Drogen irgendwo immer in Gefährdung mit darstellen. Aber das Gedankengut geht ja hier hin, wenn man sagt, wenn ich etwas verbiete, dann muss das ja nicht nur den Zweck haben, dass ich es verboten habe, sondern es soll ja auch einen tatsächlichen Nutzen haben. Und das war ja das Ziel von der Überlegung. Zu schauen haben Verbote. Das hätte das Ziel sein sollen. Den Outcome hat die Evaluierung aber nicht produziert. Also aus der Evaluierung kann man keine Handlungsnotwendigkeit für die Änderung des Gesetzes ableiten, weil dazu einfach die Datengrundlage fehlt. Also wir haben ja, das weißt du sicherlich, die Unterscheidung, wenn bei einer Straftat eine Schusswaffe eingesetzt wird, in welcher Form auch immer, war das eine legale Schusswaffe, war es eine illegale Schusswaffe, die wird seit einigen Jahren nicht mehr getroffen. Und damit ist natürlich die Datengrundlage für eine Entscheidung, ob eine Verschaffung des Waffenrechts mit einem Gewinn an innerer Sicherheit verbunden ist, die ist damit nicht gegeben. Ich kann es ja nicht sagen, weil ich es nicht weiß, ob die legalen Waffen tatsächlich in irgendeiner Weise, also wir wissen es natürlich, weil wir eine gewisse Übersicht haben und wir wissen, nein, legale Waffen sind nicht deliktrelevant oder nur in sehr geringem Umfang. Ja, also das ist halt wirklich ein Niedrigprozess. Die letzte Hochrechnung, die es gab, ist ja von 2015 vom BKA und da waren wir bei 0,008% aller Straftaten. Also verschwindend gering. Zimmert natürlich im Bereich Worte-Bautismen, aber es wäre Deutschland deutlich mehr geholfen, wenn wir zum Beispiel Alkohol verbinden würden, weil da sind deutlich mehr Straftaten mit dem Fall. Kann man natürlich nicht machen, will ja auch keiner von uns also nicht sagen. Nein. In die Richtung, aber nur vom Verhältnis anschaut, es hat keine Deliktrelevanz in Deutschland gehabt. Zumindest 2015 nicht und danach können wir es nicht mehr sagen, weil es ja aus der Statistik rausgeflogen ist. Ja. Wenn wir dann gerade mal über die Kampagne vom VWTB reden, also über Depression Reset, Wer unterstützt denn alles die Kampagne? Na grundsätzlich jeder, der mag. Jeder, der in irgendeiner Weise vom Waffengesetz, von den Regelungen des Waffengesetzes betroffen ist. In erster Linie natürlich unsere ordentlichen Mitglieder, also der Waffenfachhandel, sicherlich auch Hersteller, Importeure, Großhändler, unsere Fördermitglieder, mittlerweile fast 14.000. Das sind alles Unterstützer. Es dürften aber sicherlich noch mehr sein, denn die Bereiche, die von den Regelungen des Waffengesetzes betroffen sind, sind natürlich sehr groß. Wir haben vorhin schon mal über Penpol gesprochen, das ganze Thema Messer, SRS-Waffen, Bushcrafter. Also es ist ein Riesenfeld, wo wir uns auch noch Unterstützung wünschen würden. Wenn wir beim Thema Unterstützung sind, habt ihr diese Aktionen eben mit den anderen Verbänden, die es in Deutschland gibt, also sei es DSB, DJV und so weiter, abgestimmt und habt ihr da auch Unterstützung irgendwo bekommen oder Rückhalt? Ein heitles Thema. Wir haben die anderen Verbände darüber informiert, ja, das haben wir getan, aber in erster Linie ist die Next Generation eine Aktion des VDB im Rahmen unseres Fight for Ride für ein faires Waffenrecht. Wir würden uns tatsächlich wünschen, dass uns andere Verbände unterstützen, insbesondere aus dem Jagd- und Sportbereich. Warum das nicht erfolgt, kann ich dir nicht wirklich beantworten. Es wäre auch gar nicht viel notwendig. Also wenn zum Beispiel irgendein skisportlicher Verband sich dazu durchringen könnte, seine Mitglieder nur mal darauf hinzuweisen, dass es vom VDB eben diese Kampagne gibt, sodass eine gewisse Aufmerksamkeit, der Fokus auf die Kampagne und ihre Inhalte gerichtet werden würde von den Mitgliedern, dann wäre uns wirklich schon geholfen. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Eigentlich fehlt, wie du schon sagst, eigentlich fehlt da echt nicht viel dazu. Im Prinzip, man muss noch nicht mehr großartig Geld reininvestieren, da würde eigentlich ein Newsletter an die Mitglieder, okay, wir sind in Deutschland ein Brief an die Mitglieder reichen, wo man sagt, hier bitte, würde ja schon reichen an die Vereine, dass man sagt, in den Vereinen wird die Mitteilung dann an die einzelnen Mitglieder weitergegeben. Alles eine Möglichkeit. Ich finde, man kann sich auch relativ leicht hinter die Forderungen des VDB stellen, völlig unabhängig davon, welches Kerninteresse das man eigentlich hat. Also ob das jetzt Jagdsport, Paintball, was auch immer ist, denn der VDB ist ein Handelsverband. Wir vertreten die Interessen des Handels. Wann geht es dem Handel gut? Naja, wenn eingekauft wird. Wem sage ich es, du bist Waffenhändler. Und das ist unser Kannanliegen. Und natürlich kann es dem Handel nur gut gehen, wenn wir ein möglichst liberales, handhabbares und auch rechtssicheres Waffenrecht haben und dafür kämpfen wir. Ich kann es auch aus dem eigenen Nähkästchen sagen. Eine Diskussion, die ich häufig mit Kunden in den letzten Jahren habe, sei es wegen Corona, sei es wegen der Ukraine oder hat auch weniger Waffenrechtsverschärfung ist, kann ich mir mein Hobby leisten? Also wenn ich mir jetzt eine neue Waffe kaufe, kann ich die überhaupt mit Munition versorgen? Wie oft komme ich zum Training? Aber auch ein ganz großer Punkt ist, naja, mit der Waffenrechtsverschärfung 2020 und dem Entwurf, der jetzt vom BMI kommt, ja, vielleicht kaufe ich mir jetzt was, was ich in zwei Jahren wieder nicht mehr haben darf oder ich kann nichts mehr mitmachen. Ich habe es da zwar im Schrank stehen, aber ich darf nichts mehr mitmachen. Deswegen, natürlich für uns Händler ist es super gut, wenn die Leute einfach weniger Angst davor haben, dass sie ihr Hobby verlieren oder was im Dreh, dann geben sie auch mehr aus und deswegen, ich sage auch aus einer ganz egoistischen Schiene schon, finde ich das, was der VDB macht, gut, weil wenn die Leute mehr Zuversicht in die Zukunft haben, was eben das Thema Sport, Jagd, Hobbys eben angeht, ja, ist gut für mich. Wie gesagt, der VDB nimmt da eine relativ neutrale Position ein, wenn man mal die Interessen des Handels weglässt. Also wir schlagen uns nicht auf irgendeine Seite und sagen, wir vertreten jetzt insbesondere die Interessen der jagdlichen Kundschaft oder der Sportschützen. Wir sind grundsätzlich für alle da, weil das Sortiment, das im Handel verkauft wird, eben alle Bereiche betrifft. Und es ist auch so, viele sagen, es geht nochmal auf die Eingangsfrage zurück, warum das Waffenrecht jetzt wieder anfassen. Also es mag in der Community der Eindruck entstanden sein und ich habe das jetzt auch ein bisschen auf der Messe in Jagd- und Schützentage in Grünau in den Einzelgesprächen immer wieder gehört, warum macht ihr diese Kampagne jetzt, es ist doch alles ruhig, es passiert doch gar nichts. Also es ist ein Irrglaube, muss ich leider so deutlich sagen, zu glauben, dass der Referentenentwurf, den wir eben im Frühjahr mit Hilfe der FDP und durch die Unterstützung unserer Mitglieder abwenden konnten, dass der verschwunden ist, dass der nicht mehr bearbeitet wird. An dem wird natürlich weitergearbeitet. Die Ziele sind da, inwieweit in der aktuellen Lage das Waffenrecht jetzt Priorität im Bundesinnenministerium genießt, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber zu glauben, dass das Themengebiet Waffenrecht nicht mehr bearbeitet wird, das ist ein Trugschluss. Ja, man muss ja auch sagen, der Gesetzentwurf, was vom BMI gekommen ist, der war ja auf der einen Seite schon mal sehr dilettantisch aufgebaut. Also man muss sagen, da waren ja auch bestimmte Sachen drin, so Formulierungen, die sich gegenseitig schon widersprochen haben. Allein schon die Unterscheidung zwischen Feuerwaffe und Schusswaffe wurde in dem Entwurf ja nicht klar getroffen, was ja, das wissen wir beide, einen riesen Unterschied im Waffengesetz darstellt. Und zur anderen Sache war es ja eigentlich, ich sage mal, eine Reaktionspolitik. Und zu sagen, ja, es ist doch momentan ruhig, ja, aber wir waren halt bis jetzt ein sehr einfaches Ziel. Ja, wir waren ein relativ einfaches Ziel. Das ist richtig. Also ich bin jetzt nochmal auf den Referentenentwurf eingegangen. woran man die Absurdität des Entwurfs relativ gut erkennen kann. Du erinnerst dich an den Vorschlag, zehn Prozent von halbautomatischen Waffen, die den Anschein einer Kriegswaffe erwecken, in Neonfarben oder Neongelb zu markieren. Also ich glaube, spätestens da ist es vollkommen klar, das wird schwierig. Also das dann noch ernst zu nehmen, das Ganze, da würde ich mir doch viel mehr Augenmaß wünschen, wenn man solche Forderungen vorbringt und vielleicht auch mal mit den Verbänden sich vorher auseinandersetzen und sowas über solche Vorschläge sprechen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil man muss ja an der Stelle auch immer wieder sagen, die Forderung nach mehr Sicherheit ist ja etwas, was immer gut bei Bürgern kommt. Wenn man sagt, ich möchte etwas tun, ich will Waffen einschränken, verbieten oder sonst was, damit weniger Leute in Deutschland in Gefahr oder in Angst leben müssen oder dass weniger Straftaten passieren. Die Aufschlüsselung, bringt es denn tatsächlich was? Wird erstmal nicht hinterfragt. Und die zweite Frage ist, was kostet es eigentlich, etwas zu machen, was nichts bringt im Endeffekt, weil es ist ja nicht so einfach, dass wir sagen, wir verbieten das und damit ist die Sache erledigt, sondern wir haben ja auch hier eine riesen Bürokratie in meinem Hintergrund. Also du hast es gerade angesprochen mit den Lackierungen. Ja, wenn wir, naja, Halbautomaten werden wir Hunderttausende wahrscheinlich in Deutschland im Umlauf haben. Wenn wir die alle umlackieren müssen, dann kann man sagen, ja, das macht auch Oberflächennagel oder German Gunworks oder was auch immer, die machen das ja auch nicht für lau. Also grundsätzlich ist die Forderung aus der Politik nach mehr innerer Sicherheit natürlich absolut legitim. Das ist ein hehres Ziel, das ist nicht zu verurteilen. Klar, wünschen wir uns alle innere Sicherheit, ist toll. Aber die Maßnahmen, die in dem Referentenentwurf vorgeschlagen worden sind und viele Verschärfungen des Waffenrechts aus der Vergangenheit haben eben nachweislich nicht zur Steigerung der inneren Sicherheit beigetragen. Es war Politik für die Galerie, sage ich immer. Wir haben etwas getan, aber tatsächlich einen Einfluss auf die innere Sicherheit hat es nicht gehabt. Hätte man die Evaluierung ernsthaft betrieben, bin ich mir relativ sicher, wäre man auch zu diesem Schluss gekommen. Und ja, eine Evaluierung, die den Namen verdient hat, die macht zwar sehr viel Arbeit, aber ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, wenn man sich wieder mit dem Thema Waffenrecht beschäftigt, wobei wir ja mit unserer ersten Forderung in Next Generation eine komplette Neufassung des Waffenrechts fordern, also der Gedanke, jetzt wieder an einzelnen Paragrafen und Regelungen zu schrauben, weitere Ergänzungen zu schaffen, die das ganze Gesetz noch schwerer lesbar, noch schwerer handhabbar machen. Man muss sich auch mal vorstellen, wie soll denn der Polizist auf der Straße mit diesem Bürokratie-Ungetüm Waffenrecht überhaupt noch umgehen? Wie soll der die Regelungen begreifen und durchdringen? Das ist schier ein Ding der Unmöglichkeit. Du weißt selber aus dem Berufsalltag, welche Probleme das schon für erfahrene Rechtsanwälte schafft. Ja, und ich kann es auch aus meiner eigenen Nähkästchen wirklich bestätigen. Also, wenn es gerade um die Legalität von irgendwelchen Gegenständen geht, ich habe mit dem Zoll zum Beispiel eine Diskussion drüber gehabt, mit Abzügen, die beim Zoll gelegen waren. Der Zollbeamte hat mir dann gesagt, er hat gegoogelt und der Abzug wirkt auf den Verschluss ein und der Verschluss ist ein waffenrelevantes Teil, also muss der Abzug auf ein waffenrelevantes Teil sein, wo ich sage, das kann man sehr, sehr einfach widerlegen. Es gibt ja auch vom BKA die Auflistung der waffenrelevanten Teil und den Leitfaden, wo man das auch sehr gut widerlegen kann, aber der einzelne Beamte ist einfach mit der Komplexität unseres Waffengesetzes total überfordert. Da muss man schon eine Fachbildung haben, wie es die Leute zum Beispiel im SO13 beim BKA haben. Also, das sind Leute vom Fach. Und das ist kein Vorwurf an die einzelnen Beamten. Also, das ist mal ganz klar gesagt. Also, ich kann von keinem Beamten, der sich ja auch noch um viele andere Rechtsgebiete und Bereiche kümmern muss, kann ich erwarten, dass der dieses Gesetz drauf hat. Der durchschnittliche Beamte ist ein Schweizer Taschenmesser. Der muss sich darum kümmern, dass der Nachbar seine Miltronen so laut draufstellt und deswegen jemanden angerufen hat. Der muss sich darum kümmern, dass eine Mutter ihr Kind sucht und der muss sich darum kümmern um Waffenrechtsverstöße. Da kann man einfach nicht alles wissen. Also, auch wenn die Leute immer wieder was sagen, da ist noch Polizist, der muss das wissen. Der muss man davon gehört haben und er muss wissen, wo er nachfragen kann. Er muss wissen, wo es steht. Wo es steht, dass er nachfragen kann und es ist aber ganz oft halt wirklich eine sehr lose Ermessensspielraumsfrage, die er auf der Straße tatsächlich hat. Wir haben ja zum Beispiel auch beim Führverbot für Einhandmesser wirklich das Problem, dass ein Polizist auf der Straße mehr oder weniger entscheiden muss, ziehe ich es ein mit der Möglichkeit, dass es da wirklich zu einem Rechtsstreit unter Umständen kommt oder lasse ich den Bürger damit einfach weiterlaufen. Ist einfach nicht so klar geregelt, weil mittlerweile gibt es auch so viele Messer, die extra gebaut worden sind, um den Paragraf 42 eben zu umgehen. Also wo du sagst, die sind wirklich so nah an der Grenze dran, dass es für den Laien und die meisten Polizisten, wenn sie sich nicht wirklich noch massiv damit beschäftigen, sind Laien, was das Thema Waffen angeht. Die sind nämlich komplett überfordert. Wenn wir jetzt schon so über das Thema Politik geredet haben, wie kommuniziert er denn die Kampagne mit der Politik? Also natürlich haben wir die Kampagne in Teilbereichen über unser Lobbyteam, das wir im Vdb haben, mit dem Bundesinnenministerium, den entsprechenden Fachreferat vorgestellt. Wir sind in ständigen Gesprächen, ich selbst zuletzt in Grünau, mit dem Staatssekretär des Inneren und Staatssekretärin der Wirtschaft von der bayerischen Regierung. Also die Gesprächsebene zu den einzelnen Ministerien, die mit den Themen betroffen sind. Dann natürlich zu den handelnden Personen in der Politik, durchaus auch auf Länderebene. Da wird ständig kommuniziert. Aber natürlich jetzt zu glauben, der Vdb bringt die Kampagne an den Start und es hätte einen unmittelbaren und sofortigen Effekt auf die Politik, ist ein bisschen blauäugig. Ja, muss man leider ein bisschen sagen. Also alle Sachen, die halt hier in Gang gebracht haben, ziehen danach eine Riesengeschichte nach. Selbst wenn die Kampagne durchgeht, müssen wir damit rechnen, dass selbst wenn die Politik sagt, ja, es ist eine tolle Geschichte, mach mal, dann wird es trotzdem nicht nach einer Woche geschehen sein, dass wir ein neues Waffenrecht haben. Nein, sicher nicht. Also das ist einfach sehr blauäugig. Weißt du gerade die Lobbyisten angesprochen hast, meines Wissens nach ist ja der Vdb immer noch der einzige Verband in Deutschland der Vollzeit-Lobbyisten beschäftigt? In unserem Bereich. Ja, klar. Ich bin mir sicher, es gibt Verbände. Arma, Automobil, da brauchen wir nicht drüber reden. Die, die, da können wir noch träumen davon. Ja, da sind wir weiter von kleinen Pfand. Nee, aber es ist tatsächlich so, der Vdb hat einen Vollzeit-Lobbyisten und wir haben, wir haben das Thema Lobby, das ich ja, viele haben bei dem, bei dem Begriff Lobby ist erstmal so komplett negativen Eindruck. Also der Begriff ist irgendwie negativ belegt, klingt irgendwie so nach Hinterzimmer und Geldkoffer. Das ist aber kompletter Schwachsinn. Entschuldigung. Das ist Korruption, das ist nicht das, was Lobbyismus im Namen des Wortes bedeutet. Lobbyismus heißt einfach Interessenvertretung. klar, aber auch von einem Politiker im Bundestag, von einem Bundestag oder von einem Landtagsabgeordneten kann ich nicht erwarten, dass der alles weiß. Ja. Dass der in allen Themenfeldern fit ist, die Fakten zur Verfügung hat. Auch Politiker sind darauf angewiesen, dass sie mit Fakten und Argumenten und Informationen versorgt werden. Und das tut unser Lobbyteam. Wir haben, das ist jetzt gewachsen, das Lobbyteam, weil wir da, das ist natürlich eine unserer Kernaufgaben im VDB, die Interessen unserer Mitglieder in die Politik zu vertreten. Das tut das Lobbyteam und die sind gut ausgelastet und tätig. Und sind wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Ja, wir lassen es uns was kosten. Wir haben auch noch, außerhalb des Lobbyteams haben wir auch noch einen Politikberater, der also noch tiefer im Geschehen drinsteckt, auch in Brüssel. Also wir haben, es ist nicht nur so, dass wir die Lobbyarbeit in Anführungszeichen nur in Berlin betreiben, nein, wir betreiben sie natürlich auch in Brüssel. Schon ordentlich. Kann nicht jeder von sich behaupten, dass er einen Mann in Brüssel hat oder eine Vertretung in Brüssel hat. Ja, Vertretung in Brüssel haben wir keine, aber wir wissen ja regelmäßig. Ja, also eine Präsenz. Genau, wir sind regelmäßig anwesend. Wen das Thema weiter interessiert, also weiter über das Thema Lobbyismus in der Waffenbranche was wissen will, es gibt ja beim Bundestag ein Lobbyregister. Lobbyregister. Da kann jeder reinschauen, ist öffentlich zugänglich. Jeder, jeder Verband, der in Berlin in irgendeiner Weise eine Interessenvertretung im Bereich des Lobbying wahrnimmt, der muss sich ja registrieren. Ist übrigens heute wieder verschärft worden, da müssen jetzt noch mehr Informationen des Lobbyregister rein. Kann jeder nachschauen und ich habe das kürzlich getan und der VDB steht da ganz gut da, was das Engagement betrifft. Was kann man da so drunter ungefähr verstehen? Soll sich jeder selber ein Bild machen. Das geht jetzt dann relativ schnell in Richtung Kritik anderer Verbände und das ist eigentlich ein Thema, das ich wirklich vermeiden will. Ich schaue es mir selber an. Bitte. Wenn ich es cool finde, mache ich eigentlich ein Video darüber. Alles klar, Deal. Weil das klingt interessant. Gut. Jetzt kommen wir mal mit einer auch kritischen Frage, die aber auch eins zu eins so aus den sozialen Medien entnommen worden ist und die sehr, sehr allgemein gehalten ist. Glaubt ihr denn, dass euch jemand ernst nimmt? Ich hoffe es. Nein, ich erwarte es. Ich erwarte, dass man uns ernst nimmt. Die Forderungen in der Next Generation haben wir uns ja nicht aus den Fingern gesogen, sondern das ist im Prinzip das Kondensat aus vielen, vielen Gesprächen, Diskussionen. Das sind die Forderungen unserer Mitglieder, also der Händler, das sind die Forderungen unserer Fördermitglieder. die wir der Politik vermitteln. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, jetzt zu erwarten, dass der VDB eine Kampagne startet und dass die unmittelbaren Einfluss auf das Politikgeschehen hätte, ist einfach eine Illusion. Wir sind jetzt mit der Kampagne, haben wir jetzt erstmal die Betriebsart gewechselt. Wir sind weg von diesem, und du bist auch lang genug dabei, das zu wissen, wir sind weg von dieser Reaktion, die eigentlich immer nur erfolgt ist, in dem Augenblick, wo wir uns mit Verschärfungsplänen konfrontiert gesehen haben und dann hat die Branche immer reagiert und da war der VDB ja auch immer gut mit dabei. Ich sage nur Briefgenerator, Petitionen und so weiter, wir waren ja da auch immer tätig, aber das kann natürlich nicht das Rezept für die Zukunft sein. Wir müssen in die Aktion kommen und das tun wir jetzt, wir waren aktiv, wir fordern und wir werden diese Forderungen immer wieder vorbringen, immer wieder erklären müssen, uns da auch immer wieder auseinandersetzen müssen und uns Fragen stellen müssen, warum, wieso, weshalb. Jede Forderung ist hinterlegt, du weißt es, es gibt zu jeder Forderung ein Factsheet und hinter diesem Factsheet steht nochmal deutlich mehr an Info, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, den wir da laufen müssen und das geht über einen sehr langen Zeitraum. Muss man auch wirklich sagen, das ist ja so eine Basic, die würde einem jeder Motivationstrainer wirklich um die Ohren hauen, dass man sagt, wenn man einfach nur in seinem Job auf dem Hintern sitzt und 30 Jahre seinen Job macht, wird man nicht auf einmal mehr Gehalt kriegen, außer halt so Regelerhöhungen oder solche Sachen, man muss aktiv werden, um Erfolg zu ziehen und das ist wirklich auch meine Erfahrung, was ich gemacht habe, also ich bin im Sportschützen gewesen in Deutschland, seitdem ich 17 bin, also jetzt auch schon fast 20 Jahre tätig und bin Waffenhändler, Sachverständiger, alles Mögliche und ich habe auch bis jetzt einfach nur immer mitgekriegt, es steht was an, es wird darauf reagiert und ganz oft hat auch mit der Salami-Taktik, also ja, es sollen 10 Sachen verboten werden, ja, könnte uns vielleicht die zwei lassen, so einem Dreh, also leider Gottes nicht mit aktiven Forderungen, leider auch nicht mit einer geschlossenen Front mit, nein und ist der VDB eigentlich aus meiner Sicht deswegen von den aktiven Schützen, also von den Leuten, die das aktiv leben, die Händler, die Blogger und sowas im Dreh, heißt ja immer wieder, wir sind alle vom VDB gekauft, wo ich sage, naja, das könnt ihr euch nicht leisten, also bei anderen wollen wir das, das sind jetzt ein paar, nee, dazu fehlen noch ein paar Fördermittel. Ja, viel, also wenn ich das hier nicht freiwillig tun würde, also VDB könnte sich die Rechnung nicht leisten für mich oder noch viel weniger für den Jörg Sprawe, der in den Klickzahlen Bereich drin ist, wo man sagt, also der, der wäre nicht drauf angewiesen. Wir setzen da, wir setzen da natürlich drauf, dass es euch auch ein Herzensanliegen ist, ein besseres Waffenrecht zu bekommen. Und das merkt man ja auch, die Leute, die hier wirklich aktiv sind, die ja halt auch in dem Bereich Pressearbeit und was sind oder Öffentlichkeitsarbeit, die stehen ja hinter dem VDB, muss man ganz ehrlich sagen. Also von der Seite kriegt man ja kaum Kritik, man kriegt eigentlich nur von den Leuten die Kritik eigentlich ab, die sagen, ja, es wird sicherlich nichts ändern. Aber das sind ja die Leute, die eigentlich den Kampf schon aufgegeben haben, wo es überhaupt anfängt. Das ist ein gutes Stichwort. Also du warst auch in Grünau auf dem Stand. Warum bin ich, warum habe ich die Messe in Grünau gemacht, diese drei Tage? Ich wollte wirklich mal, die Kampagne läuft jetzt vier Wochen, ich wollte mal reinhören. Wie kommt denn die Kampagne bei den, am Ende raus, bei den Jägern, bei den Schützen, bei denen, die sich dafür interessieren? Wie wird es ja aufgenommen? Ich würde mal sagen, wir sind bei 98 Prozent absolute Zustimmung. Es wird geteilt, die Inhalte der Kampagne werden geteilt, die Forderungen werden geteilt. Aber du hast eben eine kleine Anzahl, die in dieser Lethargie gefangen ist. Kann das vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn man sehr lang in dem Bereich unterwegs ist und die letzten 25, 30 Jahre sich vor Augen führt, was bringt es? Die machen sowieso, was sie wollen. Es ändert sich nichts, damit kommt er nie durch. Das sind so die Sprüche, die wir von den wenigen gehört haben, die sich nicht aktivieren haben lassen durch die Next Generation. Man kann die Kampagne nur erklären, dafür werben, mitzumachen, denn die Kampagne lebt davon, dass eben die Basis sie unterstützt. Eine weitere Frage, die auch aus der Community so kommt, übertreibt das nicht ein bisschen mit den Forderungen? Das kann auch nie funktionieren. Gerade so, wo ich das sehr oft gelesen habe, ist bei der Forderung eben nach der Harmonisierung des Waffenrechts in der Europäischen Union oder beziehungsweise im Geltungsbereich, nachdem ja zum Beispiel Kategorie 10 Waffen eigentlich nicht mehr in irgendeiner Form bedürfnispflichtig werden. Also dass man sagt, man könnte eine Repetiergewaffe eigentlich auch als normaler Bürger kaufen, wie es Österreich, Tschechei, Polen normal ist. Also es ist tatsächlich eine Frage, die ich in Grünau auch öfters gehört habe. Ist das nicht alles ein bisschen übersieben? Zum einen muss man sagen, wir müssen natürlich offensiv fordern. Also die Forderungen müssen auch stark sein, zum einen zur Aktivierung. nur wenn die Forderungen wirklich Aussagekraft haben, dann können sich die Leute auch dafür begeistern. Zum anderen wird das oft missinterpretiert. Ich habe in Grünau oft gehört, ja, aber ich will keine amerikanischen Verhältnisse. Dazu muss man erst mal sagen, das ist per se eigentlich schon mal kein Argument. Du bist in, kennst dich in den USA gut aus, amerikanische Verhältnisse. Also wenn wir New York City oder Kalifornien nehmen und wir nehmen Texas oder Arizona, sind zwei unterschiedliche Welten. Wir haben in den anderen beiden Staaten fast ein Totalverbot oder ein sehr schwieriges Waffenrecht zumindest und in den anderen beiden Staaten ist eigentlich alles erlaubt. Also was sind amerikanische Verhältnisse? Man müsste dann schon mal aufs Bundesland runterbrechen. Das muss ich wirklich sagen aus eigener Erfahrung. In Arizona gehst du zum Sheriff's Department und zahlt 10.000 Dollar und kannst dir einen scharfen Panzer kaufen. 10.000 Dollar kostet die Lizenz, Kriegswaffen haben zu dürfen in Nevada. Nevada war es. Da kann man sich ein Panzer kaufen, kann mit einem Panzer mit einer 120 mm Kanone auf Autos schießen. Muss ich nicht. Kein Problem. Und wie du schon gesagt hast, New York, Rhode Island, darf man teilweise keine Kurzwaffen, ohne eine gesonderte Sondererlaubnis, keine Kurzwaffen besitzen. Also es gibt da riesen Unterschiede in den Bundesstaaten. Und wenn man sich die Forderungen auch durchliest, das liegt aber auch wieder ein bisschen an der Komplexität unseres Waffengesetzes. Die Forderung, hier Waffen zugänglicher zu machen, ist ja keine Forderung dafür, dass jeder einfach so eine Waffe kaufen kann. Nein, nein. Das wird, wie gesagt, also wir haben zum einen diesen Vorwurf, wir wollen keine amerikanischen Verhältnisse, die hat ja auch niemand gefordert. Also das ist keine Forderung vom VDB. Wir stehen natürlich dazu, dass wir die persönliche Eignung für den Waffenbesitz beibehalten, sprich die Überprüfung, ob im strafrechtlichen Bereich was gegen die Person vorliegt, entsprechend auch Waffenverbote eventuell erlassen sind. Und wir stehen auch nach wie vor zur Sachkundeprüfung. Wir stehen auch zur sicheren Aufbewahrung. Also wir fordern jetzt hier nicht die komplette Freigabe für alles und für jeden. Und jeder kann in den Laden gehen und kann sich eine Waffe kaufen. Das wäre der inneren Sicherheit wahrscheinlich auch nicht so zuträglich. Wir haben da gut eingefahrene Maßnahmen und Vorsorge, die wir auch beibehalten wollen. Aber du hast gerade eben andere Länder angesprochen. Ein Blick nach Österreich oder nach Tschechien zeigt natürlich auch, wie es deutlich liberaler geht. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass bei unseren beiden genannten Nachbarn es zu einer erhöhten Kriminalität unter dem Einsatz von Schusswaffen kommt. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, zum Beispiel in Österreich, das ist immer das Beispiel, was wir nehmen bei selbe Sprache. Das sind unsere nächsten Nachbarn, die uns am ähnlichsten sind, sind auch Mitglieder in der Europäischen Union und auch nicht nur wie Schweiz. Das wäre schon wieder das Extrembeispiel, die sind nur Mitglieder in einem Schengen-Abkommen. Wenn wir uns zum Beispiel Österreich anschauen, die uns ja demografisch sehr nahe stehen, also ein ähnliches Altersspektrum haben, eine ähnliche Gesetzessprechung, also auch eben, man ist an dem Alter mündig, man hat an dem Alter Wahlrecht. In Österreich kann man, wenn man einen Wohnsitz in Österreich hat, 18 Jahre alt ist, geht man in Waffenladen, Kategorie C-Waffen, für die Leute, die nicht wissen, was eine Kategorie C-Waffe ist, das sind eben Waffen wie Repetiergewehre oder Flinten, Einzelladerflinten, Bündelwaffen, wo man sagt, man kann zwei Patronen reinmachen, die typische Tontaubenflinte. Die kann man mit 18 Jahren einfach im Waffengeschäft kaufen, muss sie danach eben anmelden beim Staat und man darf sie halt erst nach drei Tagen abholen. Also man geht hin, macht einen Kaufvertrag, nach drei Tagen kommt man wieder und darf sie dann auch abholen. Und das hat nicht dafür gesorgt, dass in Österreich rein weiße Leute mit Tontaubenflinten über den Haufen geschossen werden oder sowas im Dreh, weil, sind wir ehrlich, die Leute, die für kriminelle Zecke Waffen besorgen wollen, die können das deutlich einfacher in Europa. Und das ist leider kein großes Geheimnis. Das ist an der Tagesordnung, dass wir halt in Europa einen sehr, sehr starken Schwarzmarkt haben, was mit Waffen angeht. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht weiter ausführen, das Thema illegale Waffen, dass illegale Waffen das Hauptproblem sind. Ich meine, das ist eins der Kernargumente in der Diskussion um ein Waffenrecht. Illegale Waffen sind das Problem und die sind ausreichend verfügbar, zum Teil noch aus dem Jugoslawien-Krieg. Da ist wahnsinnig viel nach Deutschland geschwappt. Und du hast ja immer das Logikproblem, dass du mit den Regelungen des Waffenrechts, das sich natürlich an die legalen Waffenbesitzer richtet, nie den Besitzer einer illegalen Waffe erreichst. Weil der ist ja bereits im Rechtsbruch dadurch, dass er illegal eine Waffe besitzt. Also wird er sich wahrscheinlich auch nicht für die Regelungen des Waffenrechts interessieren. Ja, das ist immer, warum ich das Thema auch immer wieder anspreche, ist, weil man kann es nicht oft genug wiederholen, dass es halt einen Riesenunterschied zwischen legalen und illegalen Waffen gibt. Also das ist halt einfach, ich sage mal, wirklich ein Problem auch in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit, die sich nicht mit dem Thema Waffenrecht auseinandersetzt. Die Gesetze sind halt immer für die Leute gemacht, die sich eh eigentlich auch gegen die Gesetze halten, weil die kriminellen Strukturen, und die haben andere Möglichkeiten, an Waffen zu kommen. Das ist einfach so. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass das eigentlich jeder in Deutschland sehr froh und glücklich sein kann, wenn der Nachbarbesitzer, also legaler Waffenbesitzer ist, denn einen rechtstreueren und einen besser und zwar ständig überprüften Mitbürger und Nachbarn wirst du ja schienlich finden. Ja, definitiv. Also das ist auch eine Geschichte, was man sagen muss. In Deutschland unterwirft man sich einigen Einschränkungen in einem Persönlichkeitsrecht, dadurch, dass man Waffenbesitzer ist, weil man wird regelmäßig überprüft. Bestimmte Kleinigkeiten, wo du sagst, der Automatbürger, der zahlt dann halt Alkohol am Steuer zum Beispiel. Wenn es nicht über einen gewissen Level hinaus ist, dann zahlt er halt seine Strafe dafür und ist gut. Als Waffenbesitzer hat man schon dann ganz andere Konsequenzen. Ja. Muss man uns auch zum Beispiel sagen, bei uns hängen tatsächlich auch die beruflichen Existenzen dran. Also wenn wir beide mit Alkohol am Steuer erwischt worden wären, das wäre für uns wahrscheinlich das Existenzielle aus. Wir beide können uns gar nichts erlauben. Wir müssen ganz sauber sein, bis hin zum Verstoß gegen steuerrechtliche Bestimmungen und so weiter. Als Waffenhändler geht gar nichts. Ja. Jetzt wäre die große Frage, jetzt momentan macht er ja ziemlich Feuer mit der ganzen Kampagne. Also er haut ordentlich was raus. Aber was ist nach der Kampagne? Die Kampagne wird ja nicht die nächsten fünf Jahre laufen. Nein, die Kampagne endet natürlich irgendwann. Das muss sie auch, weil klar, wir sind dann irgendwann mal mit unseren Forderungen durch. Es gäbe natürlich noch viele, aber man kann das nicht endlos auslegen. Die Kampagne ist jetzt der Sprint. Also jetzt, wir gehen jetzt ein ziemlich hohes Tempo vor, auch durch die Veröffentlichung von zwei Forderungen in der Woche. Es gibt ja immer Dienstag und Freitag auf YouTube kommt ja eine neue Forderung. Aber danach kommt natürlich die Umsetzung der Forderung, wie ich es vorhin eben schon erklärt habe, in der Politik. Also wir müssen den handelnden politischen Akteuren unsere Forderungen näher bringen, erklären, die kommunizieren. Und zwar nicht nur in der aktuellen Ampelkoalition, sondern die Kampagne hat natürlich auch Perspektive. Perspektive in die Zukunft auf eine nächste Regierung. Also wir beabsichtigen einfach oder ja, unsere Absicht ist es einfach in der, wenn wir dann eine neue Bundesregierung haben mit neuen handelnden Personen, Minister und Staatssekretären, dass wir dann eben schon auf die Kampagne aufbauen können. Es ist dann nichts mehr Neues. Man hat schon mal darüber gesprochen, man hat es bereits einmal erklärt, die Forderungen. Und ja, es ist quasi eine Maßnahme, die auch in die Zukunft greift. das ist jetzt nicht was, es ist aktuell klar, aber es ist auch in die Zukunft gerichtet. Also kann man sagen, einer der Hauptziele der Kampagne ist generell Aufmerksamkeit schaffen für das Thema. Also was man sagt, nicht man hat einmal ein Video auf YouTube hochgeladen und damit ist gut, sondern jetzt über einen längeren Zeitraum immer wieder Informationen, immer wieder ins Gedächtnis der Leute reinzugehen, zu sagen, A, es gibt den VTB, er ist existent, er macht hier was und B, für das ganze Forderungspaket, überhaupt generell mal, ich sage mal, auch für den taubesten Bürger eine Plattform zu schaffen, die er wirklich in links und rechts um die Ohren wartscht, dass es hier ein Problem gibt, um das man sich mal kümmern müsste. Das ist richtig. Es ist uns vor allem wichtig, Bereiche zu aktivieren in der Bevölkerung, die durchaus Berührungen mit dem Waffenrecht haben, aber das vielleicht gar nicht so auf dem Zettel haben. Ich war zum Beispiel Tomatolix, da hast du ja vor kurzem ein Video mit ihm gemacht, was ja auch viral ging, also letztes Mal habe ich nachgeschaut, ob 1,2 Millionen Klicks irgendwas im Dreh, also wird wahrscheinlich jetzt wieder schon ein paar Klicks mehr haben. Das ist eine Geschichte, die hat man auch von keinem anderen Verband bis jetzt gesehen. Also ja, ich lobe euch das vielleicht immer ein bisschen über den Klee, aber ich bin auch sehr überzeugt von der ganzen Geschichte. Danke, danke. Ja, ich bin vor allem genommen, ich stehe auch dazu, aber das ist zum Beispiel eine super gute Geschichte, der hat ja null Berührungspunkte mit dem Thema Waffen gehabt. Der ist kein Legalwaffenbesitzer, das kein Airsoftware Paintball-Spieler, zumindest ist nichts darüber bekannt. Ist jetzt auch nicht bekannt, dass der Armbrüste sammelt oder sonst was. Der hat sich einfach für das Thema interessiert. Generell ist es natürlich wichtig, dass man dem Teil der Bevölkerung, die jetzt keine Berührung mit dem Waffenrecht hat, weil eben weder Sportschütze noch sonst irgendwas, wo man sich mit dem Waffenrecht auseinandersetzen müsste, da vielleicht mit ein paar Missverständnissen aufräumt, mit ein paar Vorurteilen und auch mit Halbwissen, dass das vorhanden ist. Dafür sind solche Sachen wie mit Tomatolig sicherlich gut, weil sie das Interesse auf das Thema lenken und der ein oder andere sich dann doch mal intensiver damit beschäftigt. Vielleicht hat es sogar bei dem einen oder anderen das Interesse geweckt, selber mal in einem Schützenverein zu gehen oder sich für die Jagd zu interessieren, ich weiß es nicht. Das wäre natürlich der Optimalfall. Und man muss ja sagen, das Video hat ja auch schon einige Reaktionen außerhalb unserer Bubble, also außerhalb der Basis der Legal-Waffenbesitzer, der Jäger, Sportschützen, Airsoft-Spieler. Es dauert immer zu lange, alle aufzuzählen, aber halt einfach alle, die mit dem Waffenrecht in Verbindung zu stehen. Es wurde ja schon von anderen Kanälen wie zum Beispiel LeFloid beziehungsweise Dr. Freud eben eine Reaktion draufgebracht. Und ich sage mal, der Aufwand dafür war ja schon etwas geringer, in Anführungszeichen. Also im Prinzip hat es Zeit und ein bisschen Geld gekostet, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen musste, man hat da gigantisches Geld in die Hand nehmen müssen. Also das kannst du sicherlich mit deiner Expertise im Social-Media-Bereich besser beurteilen als ich. Du monitorst das wahrscheinlich auch intensiver als ich. Für mich war es das erste Mal, sowas zu machen, war auf jeden Fall interessant. Und ich war überrascht von dem Feedback, das das Video tatsächlich generiert hat. Also kann man auch sagen, der VDB hätte durchaus Interesse, solche Sachen auch weiterhin zu machen. Also wenn jetzt irgendein anderer YouTuber oder Social-Media-Akteur sagt, ey, ich hätte Interesse, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gerne auch ein bisschen kritisch. Solange es fair bleibt, können Sie sich gerne an VDB wenden. Jederzeit und immer herzlich gerne. Wir stehen da immer zur Verfügung, wenn irgendjemand was Ähnliches machen will oder vielleicht auch ganz was anderes. Wichtig ist nur, wie du eben sagst, und das war eben der Vorteil beim Felix, dass der relativ offen an die Sache herangegangen ist, ohne zu verurteilen, sondern er hat sich es halt einfach mal angeschaut. Durchaus kritisch. Also wir haben durchaus Fragen dabei, wo du sagst, die sind schon ein bisschen politischer Sprengstoff. Ist legitim. Ja. Also auch hier gerne an die Community. Wenn ihr zufällig aus dem Bereich Social-Media kommt und habt Interesse, irgendwas in dem Bereich zu machen, gerne mal an den VDB wenden oder auch gerne an mich wenden und ich fände mit euch an den VDB weiter. Kein Thema. Oder wenn ihr Leute kennt oder selber sagt, ihr seid Teil einer anderen Community, gerne auch mal bei denen in die Kommentare schreiben, hey, es gibt hier etwas, worüber ihr mal reden sollt. Also ihr könnt gerne auch bei anderen YouTubern mal in die Kommentare schreiben oder sowas, dass der VDB hier durchaus zu offenen Gesprächen bereit ist oder auch zu Projekten wie zum Beispiel die Desc. Welche Reaktion erwartet ihr von der Basis, von euren Mitgliedern, den Verbänden und der Politik? Von der Politik im besten Fall Aufmerksamkeit. Wenn unser Lobbyteam in Zukunft in Termine geht, ein offenes Ohr für die Belange der Branche, für die Belange, für das Interesse der Sportschützen, Jäger. Ich zähle jetzt auch nicht mehr alle auf, sonst dauert es so lange. Dass man uns dazu hört, dass man sich mit den Argumenten, die wir ja vorbringen, es ist ja nicht so, dass wir einfach nur Forderungen in den Raum stellen. Wir argumentieren ja, wir begründen ja. Wir haben hinter den Forderungen auch umfangreiches Zahlenmaterial stehen, das natürlich in solchen Gesprächen auch gerne ausgerollt wird. So ist es nicht. Das erhoffen wir uns von der Politik. Die andere Frage war von der Community? Ja, von den Verbänden, von der Politik und natürlich auch von euren eigenen Mitgliedern. Also von den Verbänden erhoffe ich mir, fordern kann ich es nicht, aber ich erhoffe mir mehr Unterstützung. Ich erhoffe mir, dass Verbände ihren Mitgliedern empfehlen sich, die Kampagne zumindest mal anzuschauen. Und von der breiten Masse, von der Community aller Betroffenen wünsche ich mir, dass sie unsere Kampagne unterstützen. Und zwar im Optimalfall durch eine Fördermitgliedschaft, weil das bringt uns wirklich weiter und wir brauchen diese finanzielle Unterstützung auch, um Kampagnen in der Form wie Next Generation auch in Zukunft durchzuführen, weil es verschlingt unheimlich viel Geld. Aber vor allem die Unterstützung im Bereich des Newsletters. Also diesen Newsletter, den es auf der Next Generation Homepage gibt, den zu abonnieren, denn am Ende der Kampagne steht ja die E-Petition. Wir wollen ja auch einen schönen offiziellen Abschluss von der Kampagne dann haben und das tun wir sinnvollerweise mit einer Petition an den Deutschen Bundestag. Dafür brauchen wir 50.000 Unterschriften mindestens. Ich fände es aber deutlich eindrucksvoller, wenn wir etwas mehr generieren können. Ja, wenn da zumindest mal sechs Stellen da stehen würden. Das wäre toll. Das wäre super toll. Man muss an der Stelle natürlich sagen, wir sind ja in der Theorie irgendwas zwischen mindestens 1,2 und 5 Millionen Leute, die von dem Gesetz, also vom Waffengesetz betroffen sind. Wenn wir da auch nur 10 Prozent von mobilisiert bekommen, wäre schon allein für die Parteien ein gutes Zeichen, weil das sind Wählerstimmen. Und ich sage mal, 500.000 Wählerstimmen oder seien es auch nur 200.000 Wählerstimmen, sind schon ganz andere Geschichte als, ja, 15 Leute hätten gern irgendwas. Ganz klar. Die Kampagne und die Umsetzung der Förderung hängt natürlich zwingend an der Beteiligung und der Unterstützung, die uns Fördermitglieder interessierte Verbände zukommen lassen. Jetzt wäre aber die ganz große Frage, also klar, das Feedback aus den Mitgliedern ist natürlich wichtig, aber was ist denn, wenn keiner auf euch hört? Also wenn sowohl die Politik als auch die Verbände und jeder sagt, naja, also das, was der Frau de Beder macht, das sind böhmische Dorfe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Für den Fall, dass das so sein sollte, machen wir weiter. Also das Engagement des VDB für ein faires Waffenrecht, das wird nicht enden, wenn die Kampagne vorbei ist. Und wir werden die Punkte aus der Next Generation, unsere Forderungen, die werden wir weiterhin vertreten in der Politik gegenüber jedem, denen es eben betrifft, das Waffenrecht. Und wir bleiben da dran. Das ist unser Auftrag auch für unsere ordentlichen Mitglieder für den Handel. Man muss auch wirklich sagen, aus meiner Sicht, der das jetzt auch schon seit fast 20 Jahren eben verfolgt, es ist ja ein bisschen aufwärts drin zu sehen, dass die Leute sich auch ein bisschen mehr bewegen lassen. Also wenn man zum Beispiel die erste Petition damals anschaut, die damals gelaufen ist, die war ja schon noch, ich sag mal, fast ein Armutszeugnis, dass wir gerade so auf die 50.000 Stimmen gekommen sind und das aber auch relativ knapp, also da waren wir knapp drüber. Die zweite Petition war dann ein bisschen besser und da war ja noch der Vorderwege noch gar nicht so richtig am Boot, da war er noch in seiner Umstrukturierungsphase. Du meinst jetzt die zweite? 2020, die Gesetzesveränderungen davor waren ja die Petition von der Katja Triebel, was eine super Geschichte war, aber da war es ja noch sehr schwer, Leute dazu zu bewegen. Aber wir hatten ja im Rahmen von Resolute Response, das war die Kampagne Anfang des Jahres als Reaktion auf dem Referentenentwurf haben wir ja gesehen, dass es bei Vorliegen einer realen Bedrohung die Leute dann schon mobilisiert werden können und auch tätig werden, wenn auch nicht in dem Umfang, wie wir uns das sicherlich wünschen würden, aber es kommt dann deutlich Schwung in die Sache. Ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, warum braucht es denn eine Bedrohung in Form eines verschärften Waffenrechts, um sich dafür einzusetzen, die Grundlagen zu verbessern. Das könnte man jetzt im Rahmen dieser Kampagne ohne Not, in aller Ruhe und argumentativ tun und ja, ein bisschen schade, dass es dann eben bei vielen immer eine Bedrohung des Besitzstandes oder des Hobbys braucht, bevor sie dann wirklich tätig werden. Es gibt ja auch immer wieder so einfache Sprüche, die ja auch so, ich sage mal, typische Phrasen sind. Die beste Verteidigung ist ein Angriff, muss man ganz ehrlich sagen. Also das kann man schon das A-Team zitieren. Ja, ja, ja. Wo man halt wirklich sagen kann, wenn man immer nur auf irgendwelche Sachen reagieren muss, dann muss man immer auch aus dem Kaltstart auch arbeiten. Jetzt hat man halt die Möglichkeit gehabt, also was der VDB auch sehr gut genutzt hat, die Ruhe nach der Verteidigung zu nutzen, sich selber zu sammeln und in die Offensive zu gehen. Und aus der Offensive kann man immer ein bisschen Reserven sind zu bilden. Ja, da spricht der Reserveoffizier. Die nächste Frage wäre auch eine Community-Frage. Wer ist denn überhaupt auf die Idee für die Kampagne gekommen? Die Kampagne ist eigentlich der logische Schluss aus der Kommunikation mit Mitgliedern, Fördermitgliedern aus diversen Veranstalten und Messen. Und uns war klar, dass wir irgendwann mal in die aktive Rolle gehen müssen. und die Verschärfungen der letzten Jahre sind natürlich ein eindeutiges Signal, dass es die Strategie, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, gefahren worden ist, dass die wenig hilfreich ist. Also zu warten, bis die Politik kommt mit einer Verschärfung, dann in eine Verhandlung zu gehen und sich dann auf einen, wie auch immer gearteten Kompromiss, ich möchte das gar nicht beurteilen, meistens waren es schlechte Kompromisse, auf einen Kompromiss zu einigen, um das in Anführungszeichen Schlimmste zu verhindern. Das kann es irgendwie nicht sein. Also wenn wir so weitermachen, wir können immer wieder das Gleiche tun, können uns dann aber auch nicht ernsthaft ein anderes Ergebnis erwarten. Von daher war es der logische Schluss, jetzt mal aktiv zu werden, weil im Bereich Waffenrecht ist es mit dem, was wir vorliegen haben, nicht fünf vor zwölf, wie viele oft sagen, sondern wir haben schon mindestens zehn nach zwölf. Das war dringend notwendig, da jetzt aktiv was zu tun. Und man muss ja sagen, wenn man so die letzten 20 Jahre anschaut, es gab ja immer mal so Mini-Erfolge oder Kleinsterfolge, wenn wir zum Beispiel das Thema Schalldämpfer anschauen oder Nachtzielvorsätze, auch wenn hier immer noch eine große Unterscheidung unlogischerweise zwischen Zielgerät und Vorsatzgerät getroffen wird. Das waren ja auch Sachen, die einen positiven Effekt hatten, aber man sieht ja auch da, da war zum Beispiel die DJV und auch die Landesjagdverbände, die waren da sehr dahinter, die wollten das haben. Und es ist auch politisch umsetzbar gewesen. Ja, natürlich. Also es ist an an den genannten, von dir genannten Beispielen erkennt man ja, es ist keine Einbahnstraße. Es muss nicht immer strenger werden. Es kann sich auch mal durchaus was lockern. Ja, Schalldämpfer, wenn ich denke, vor 20 Jahren der Gedanke daran, dass er Jäger einen Schalldämpfer benutzt, völlig illusorisch. Ultraausnahme, also der Kammerjäger im Kirchen. Friedhofsjäger. Ja, Friedhofsjäger, so wo man sagt, also einer unter tausend Jägern, vielleicht. Und jetzt ist es gang und gäbe und niemand regt sich darüber auf. Es ist auch nichts damit passiert. Alles ist fein. Eine Frage, die auch mal immer wieder hört, was kostet denn der ganze Spaß und wer das nicht irgendwo besser investiert? Was es tatsächlich kostet, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil die Kampagne noch läuft und wir unser Pulver auch noch nicht verschossen haben. Also es kommt immer noch was hinterher und das ist auch durchaus ein dynamischer Prozess. Das heißt, wir kommen auch immer während der Kampagne immer wieder auf neue Ideen, die dann dank des großartigen Teams auch relativ schnell umgesetzt werden können. Also den Schlussstrich müssen wir tatsächlich am Ende der Kampagne ziehen und zu sagen, was es gekostet hat. Billig war es nicht. Wäre das Geld sinnvoll, woanders sinnvoll, verwendet? Ich wüsste nicht, für was. Also die Fördermitglieder unterstützen uns mit ihrem Beitrag dafür, dass wir genau das tun, nämlich für uns für ein liberales und faires Waffenrecht einzusetzen und dafür verwenden wir die Mittel auch und gerade unser Geschäftsführer, der ist da extrem hinterher, dass das alles transparent und sauber dokumentiert wird. Wir sind ja auch zertifiziert nach einem Qualitätsmanagementsystem, das heißt, das wird auch regelmäßig im TÜV-Audit überwacht, was wir da so treiben. Wir müssen uns rechtfertigen, wir müssen Ziele definieren, wir müssen Interessen definieren. Ich glaube, da sind wir auch der einzige Verband, der tatsächlich so ein Qualitätsmanagementsystem hat. Und an der Stelle muss man auch mal sagen, der Ingo ist ja passiv dahinter, obwohl er selber davon gar nicht betroffen ist. Ja, das... Außer beruflich, also jetzt außer, dass er halt den Verband hier als Geschäftsführer leitet. Das ist tatsächlich eigentlich lustig fast, dass wir einen Geschäftsführer haben, der selber keine waffenrechtliche Erlaubnis hat. Es stimmt nicht mehr so ganz, weil er hat seit kurzem, einer war wirklich seit ganz kurzem, die ist aber beruflich indiziert durch den Verband, aber er ist selber kein Jäger, er ist kein Sportschütze und ich muss sagen, das ist auch richtig gut so. Also, er hat dadurch einen offenen Blick, ist auch für alle, Fachbereiche offen und eben nicht auf ein Thema festgelegt, weil er da ein Eigeninteresse hätte, sondern er sieht tatsächlich alle Bereiche ist ein Vorteil. Und ist vor allem auch nicht in, wie wir es jetzt sind, wir sind schon länger in der Bewerbe drin, also du noch deutlich länger als ich, in festgefahrenen Schienen. Und wir sind auch, wir denken schon sehr oft auch mal in unseren eigenen Blasen noch, also in den eigenen Communities, da bringt der Ingo schon mal ganz andere, einen anderen Schwung mit rein, muss man auch wirklich sagen. Ja, das ist definitiv so. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum sollte ich denn jetzt noch Fördermitglied werden, wenn die Kampagne schon läuft? Also was habe ich denn davon, Fördermitglied zu werden? Ja, also das erklärt sich ja fast von selbst. Mit der Fördermitgliedschaft sorgst du dafür, dass das ganze Thema auch weitergeht. Also wir brauchen natürlich neue Fördermitglieder, erstens mal, um unsere Basis zu vergrößern, auch die Aktivierungsbasis zu vergrößern. Ich meine, wir werden irgendwann wieder mit neuen Förderungen aus der Politik uns konfrontiert sehen, die werden auf uns zukommen und dann ist es für uns wichtig, dass wir ein hohes Aktivierungspotenzial haben. Das heißt, wir dann nicht erst anfangen müssen, Leute zu suchen, die uns unterstützen, sondern die müssen wir haben und die müssen wir dann auch über diverse Kanäle möglichst schnell aktivieren können, damit sie tätig werden, sei es jetzt in Form von dem Briefgenerator oder von einer Petition oder was auch immer uns noch für andere Aktionen einfallen. Und natürlich helfen alle Fördermitglieder mit ihren drei Euro, tragen sie dazu bei, dass wir auch weiterhin diese Kampagnenarbeit überhaupt durchführen können. Man kann also sagen, die bequemste Möglichkeit eigentlich die ganze Sache zu unterstützen ist, die Mitgliedschaft abzuschließen, 36 Euro im Jahr dazu bezahlen, was ein Drittel eines Netflix-Abos ist oder, naja, ich sage mal, der Monatsbeitrag im Fitnessstudio, viele Leute sind wahrscheinlich, viele Leute, die zuschauen, sind Mitglied im Fitnessstudio und haben es seit Monaten nicht genutzt. Wäre vielleicht mal die Überlegung zu schauen, ob man da vielleicht einen Vertrag auflöst und einen anderen, der passiv tatsächlich was bringt, also Fitnessstudio-Mitglied sein hilft nur was, wenn man auch hingeht, VDB-Mitgliedschaft bringt auch was, wenn man nichts tut. Also ich muss jetzt dazu mal sagen, nicht, dass der Eindruck entsteht, du würdest hier irgendwie Provision bekommen, du bekommst keinen Cent, alles zweckgebunden verwendet. Das Einzige, was ich vom Frank immer kriege, ist viel Kaffee auf den Messen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, der versucht, mich mit der Espresso umzubringen. Aber ich mag es ja. Also deswegen, man muss wirklich sagen, man kann hier eigentlich sehr bequem eigentlich die Sache unterstützen mit sehr geringem Aufwand. Eine sehr häufig gestellte Frage ist, die auch immer wieder hört, die man immer wieder hört ist, warum gibt es eigentlich diese Schocker-Videos, die momentan als Teil der Kampagne veröffentlicht werden? Ganz viele Leute sagen, ah, das ist geschmacklos und viele sagen, ah, da hat der VDB den Bogen überspannt. Der VDB hat sich das ja nicht einfach so gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach. Also was ist dahinter der Gedanke? Nein, ja, beides. Die Schocker-Videos sind tatsächlich polarisiert und das war auch genau der Zweck. Also sie tun genau das, was sie tun sollten. Wir leben in Zeiten, wo ich mit einer simplen Übermittlung von Argumenten und Fakten sicherlich einen Teil erreiche, aber der große Teil hat eben einen anderen Trigger. Ja, ich muss ein bisschen provozieren, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich kann durchaus verstehen, dass das ein oder andere Video, es sind ja nicht alle, es sind ja nicht alles Schocker-Videos, es sind ja manche, es sind einfach nur witzig, ein bisschen übertrieben, dass der ein oder andere das Video vielleicht mal kritisch sieht, das ist aber total okay so, denn so kommen wir ins Gespräch und man darf diese Schocker-Videos auch nicht für sich alleine betrachten. Man muss immer den Kontext sehen, den wir bei jedem Argument schaffen. Es gibt zu jedem Argument ein provokantes Video, Schocker-Video, wie gesagt, das ist nicht immer Schocking. Populistisch. Populistisch, ja. Aber es gibt eben zu jeder Forderung auch das Erklär-Video, wo die Forderung detailliert erläutert wird. Historie, warum, welchen Sinn macht es, warum ist zum Beispiel gesetzliche Regelung überflüssig oder warum wäre Modernisierung notwendig. Es gibt dazu immer ein Fact-Sheet, wo nochmal auf einer Seite wirklich übersichtlich alles zusammengefasst ist und es gibt immer ein Short zu jedem Video, wo so ein bisschen die Essenz herauskommt aus der ganzen Forderung. Also man muss das immer als Komplettpaket sehen, in dem es daherkommt und jedes einzelne dieser Instrumente verfolgt einen bestimmten Zweck und ich glaube, der wird ganz gut erreicht. Und ich bin zum Beispiel, das hatten wir ja in der Arbeitsgruppe, die wir haben, also mit dem VDB, wo halt die externen Leute, die Influencer mit drin sind, ich war ja selber ein Kritiker von den Videos. Also ich habe ja selber gesagt, also ich finde die Idee ja grundsätzlich nicht schlecht, aber ich finde das ein bisschen zu krass, ein bisschen das zu krass. Aber man muss jetzt wirklich sagen, so von dem Effekt, den man hat, die Leute reden drüber. Die reden sehr, sehr in unserer eigenen Bubble drüber und sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht oder diese Bilder. Aber es ist auf jeden Fall im Gespräch. Aber man kriegt mittlerweile auch außerhalb der Bubble ein bisschen mit, dass diese Videos im Gespräch sind. Und wenn man das Videoniveau anschaut, es ist nichts anders als das, was TV Total, Extra 3, Neo Magazine Royal machen. Also die machen auch Übertreibungen und ähnliche Mittel. An der Stelle wird ja auch immer wieder gesagt, ja, wir können uns das aber halt als Waffenbesitzer nicht erlauben, solche Stilmittel zu verwenden, weil zum Beispiel Nazi-Vergleiche oder sagen, die Presse ist fremdgesteuert oder so was im Dreh, wird ja uns immer wieder mal vorgewerfen, dass wir das ja eigentlich nicht machen dürfen. Was ist da die Meinung des VDBs? Ich wüsste nicht, warum für uns als Verband oder auch als Waffenbesitzer andere moralische Grundsätze gelten sollten als für den Rest der Bevölkerung. Du hast jetzt gerade eine ganze Reihe von Beispielen aufgezählt. Da besteht das komplette Geschäftsmodell nur aus Provokation. Bei uns ist die Provokation ein klitzekleiner Anteil an der Kampagne. Man sollte das auch nicht überhöhen, sondern wirklich als das nehmen, was es ist. Es ist so ein kleiner Catcher für die Aufmerksamkeit, ein bisschen Kontroverse, ein bisschen Interessenweckung für das komplette Thema, für den ganzen Bereich. Aber es ist nicht Hauptteil der Kampagne. Man muss zum Beispiel auch sagen, es wird uns häufig aus den eigenen Reihen immer mal wieder gesagt, ja, die Worte kannst du nicht sagen. Also ich kriege das selber auf YouTube immer wieder mit. Uns wurde vor Kurzem vorgeworfen, dass wir das Wort Szene nicht verwenden sollen, also die Legalwaffenszene oder die Waffenbesitzerszene, weil das ja so nach Rockermelieu oder so was klingt. Wo ich aber sage, naja, man sagt auch die Fußballszene, man sagt auch die Motorsportszene. Warum sollen wir denn unseren Sprachbereich weiter einschränken, um noch geschnickelter daherzukommen oder noch glattgewaschener daherzukommen? Eigentlich müssen wir eigentlich dieselben Rechte in Anspruch nehmen, wie es jeder hat. Das sind natürlich Fragen der Tagespolitik, sicherlich auch des Zeitgeistes. die Sprache hat sich halt gerade in den letzten vier, fünf Jahren extrem verändert. Das ganze Gender-Thema, damit muss jeder selber umgehen. Ich finde es auch schwierig, wenn man sich an Worten wie Szene aufhängt und das nicht mehr sagen soll oder nicht mehr sagen darf. Ja, müsste man sich allgemein vielleicht etwas lockerer machen und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und man muss zum Beispiel auch sagen, da heißt es ja, wir werden gleich vielleicht in rechte Ecke geschoben oder was. Sowohl der Frank als auch ich sind beide, ist mehr oder weniger bekannt, bei welchen Parteien wir sind. Also wir sind Liberalisten und wir sind auch von unserer generellen Weltanschauung weit weg von irgendwo Rassismus, Sexismus oder ähnliches aus der Ebene Gegenteil. Komplett. Ja, also deswegen die Vorwürfe sind immer gerne da, weil Waffen werden gerne von den Leuten immer gerne in dem Bereich mit, keine Ahnung, wir bauen die Miliz auf und ziehen uns im Wald zurück, in Verbindung gebracht. Aber tatsächlich sind wir also sehr in die andere Richtung. Ja, der VDB und ich denke auch wir beide sind uns aber bezüglich Waffen, Waffenbesitz und mit dem Thema Reichsbürger, Extremismus, ich glaube, wir haben da sehr eindeutige Haltung. Also der VDB hat dazu sogar Statement auf der Homepage stehen, kann jeder nachvollziehen. Also ich glaube, das brauchen wir nicht weiter ausbreiten. Könnt ihr als Verband der Büchsenmacher, also das ist ja was der Name vom VDB eigentlich darstellt, Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler. Steht aber nicht im, also ausgeschrieben ja, aber im VDB steht es ja nicht mit drin. Könnt ihr überhaupt die Interessen von den Leuten, die ihr euch mit auf die Fahne geschrieben habt, vertreten wie zum Beispiel Airsoft, Paintballer, Messerbesitzer, Armbrustschützen und so weiter? Also gerade zu dem Bereich Paintball, Airsoft, haben wir ja noch ein anderes Video in der Mache. Da bilden wir jetzt tatsächlich, voraussichtlich im ersten Quartal, vielleicht zur IWA, einen Fachausschuss und holen uns über diesen Fachausschuss die Expertise von außen rein, weil ich glaube, dass die Händler, die Spieler, die Spielfeldbetreiber, wenn wir uns jetzt mal auf den Bereich Airsoft konzentrieren, deutlich näher dran sind als die Personen, die jetzt in der normalen Verbandsarbeit sind und eher aus dem Bereich Sportschütze, Jagd kommen. Es ist einfach ein spezielles Fachwissen und es ist sicherlich auch eine andere Sensibilisierung für Regelungen im Waffenrecht, von denen dann diese Gruppen betroffen sind. Und da sollte man die anhören, die es betrifft. Frank hat es gerade schon angesprochen. Also wir haben auf unserem anderen Kanal, was wir wissen vielleicht manche nicht, neben Kuma haben wir ja noch den Kanal GSP Airsoft. Auf dem haben wir ein gesonderes Video über das Thema Airsoft, ein bisschen mit ein paar Einspielen aus dem Bereich Paintball, aber da geht es eigentlich wirklich genau darum, was kann der VDB eigentlich für die Airsoft- beziehungsweise Paintball-Serie tun. Wenn euch das interessiert, Link zum Video unten in der Beschreibung. Dann hätten wir jetzt noch abschließend eine Frage. Kann so eine Liberalisierung des Waffengerechts überhaupt mit der jetzigen Regierung, also mit der Ampel, Erfolg haben? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn man sich unseren Argumenten öffnet, die ja faktenbasiert ist, wir fordern ja nicht einfach aus dem blauen Himmel, sondern wir haben das ja alles hinterlegt und können da sicherlich auch noch viel Fleisch an Knochen beitragen in einer Diskussion mit der Politik oder mit den entsprechenden Fachreferenten, dann wäre das durchaus möglich. ist es realistisch? Wahrscheinlich eher nicht. Wir haben jetzt im Moment eine sehr komplexe politische Gesamtlage mit vielen, vielen Schwierigkeiten, in denen unser Land steckt. Ich glaube, das Waffenrecht steht jetzt vielleicht bei dieser Regierung nicht ganz oben. Aber nochmal der Hinweis, zu glauben, es wäre komplett vom Tisch und alle, die sich seit einiger Jahre mit dem Thema befassen, wissen ganz genau, wie wenig es braucht, damit das Thema wieder top aktuell auf den Tisch liegt. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder mit einem Referentenentwurf konfrontiert, der ja weiter bearbeitet wird. Und man muss ja auch wirklich sagen, man darf bei den Politikern, die in die Schiene reinfallen, gerade im Bereich Reaktionspolitik eben tätig sind, nicht den Anschein haben, Waffenrecht werden Low-Hanging-Fruits, etwas, wo man sich einfach politischen Erfolg verschaffen kann. Wo man sagt, oh, wir haben gerade viele Probleme, ach, wir sorgen mal dafür, dass der Bürger denkt, wir schaffen mehr Sicherheit, indem wir Gesetze verschärfen, wo eigentlich nicht notwendig gewesen wären. Und deswegen, ja, ich sehe das eigentlich, wie du es auch schon gesagt hast, dass die Kampagne genau an einem Punkt anfängt, wo es nötiger als jemals so vor war, wo man sagt, also jetzt in der Situation, wo viele offene Fragen in der deutschen Politik zu stellen sind, sagen kann, ja, cool, Waffenrecht wird man jetzt einfach mal schnell durchboxen, weil wir haben größere Probleme, dann könnte man mal schnell irgendwas verschärfen, damit man einen kleinen Erfolg irgendwo verschreiben kann. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Kampagne richtet sich ja nicht nur an die aktuelle Bundesregierung, sondern sie zielt ja in die Zukunft. Ja, wir sind mit der jetzigen Regierung in der Halbzeit. Genau. Wenn wir die politischen Umfragen anschauen, schaut es nicht so daraus aus, wird es die Ampel eine zweite Legislaturperiode geben? Höchstwahrscheinlich ja. Also wir müssen uns jetzt einfach positionieren, als VDB, als Branche, aber auch alle, die eben betroffen sind, für die nächste Amtszeit und es muss den Personen, die dann in die Verantwortung kommen, sich mit dem Waffenrecht zu beschäftigen, klar sein, das ist ein weiter so wie in den Jahrzehnten zuvor, sprich wir stückeln an das bestehende Gesetz immer was Neues dran. Geht nicht mehr. Es ist so nicht mehr durchführbar. Wir müssen wirklich an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir setzen das Ding neu auf. Dass das ein langer Prozess ist, ist vollkommen klar, das geht nicht von heute auf morgen, aber irgendwo müssen wir mal damit anfangen. Das war schon eine gute Antwort zu dem Thema. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch kurz eine kleine Aufforderung rausmachen. Was ich mir von jedem, der das Video sieht, einen Wünsch ist, zumindest mal den Newsletter zu abonnieren, weil ich sage mal, selbst wenn ihr dafür eine E-Mail-Adresse nutzt, die ihr sonst nur für, keine Ahnung, Einkäufe nutzt oder sowas im Dreh, nutzt irgendwas, unterstützt den Newsletter damit. Wenn er sagt, die 36 Euro kann ich entbehren, den VDB mit der Mitgliedschaft und ja, er hat schon mal gesagt, ich werde nicht unterstützt oder gesponsert davon, ganz im Gegenteil, ich zahle zweimal als Firma und als Privatperson meinen Mitgliedsbeitrag. Das ist auch gut so. Das wirst du wahrscheinlich auch machen. Das ist wirklich, ich sage mal so, das sind so die kleinsten Anforderungen, die man machen kann. Was ich mir aber auch wünschen würde, wäre, dieses Video zu teilen Argumente geliefert, was der VDB tatsächlich macht. Link kopieren, unter den Kommentarsätzen und schon hat derjenige die Antwort drunter, dass der VDB sehr wohl was tut. Aber auch andere Videos, die gerade in der Community entstehen, von Jörg Sprache, vom Tobi, vom Barbarian Shooter, vom André, von Lassen Sie es krachen und was auch ich alles. Also es sind mittlerweile echt viele, die hier tätig sind. Teilt auch denen ihre Videos, schaut euch auch die Videos an und allein durch das Weiterkommunizieren und eben auch das Publikmachen der Videos, die der VDB selber macht, aber auch die Influencer außenrum, ist der Kampagne schon sehr viel geholfen. Absolut, herzlichen Dank für den Aufruf. Nach meinem kleinen Aufruf hier noch die Frage an dich, Frank, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Absolut, danke für die Gelegenheit. Ich bedanke mich bei allen Fördermitgliedern, die uns schon unterstützen. Ich bedanke mich auch bei allen Leuten, die den Newsletter abonniert haben, aber insbesondere bedanke ich mich bei dem Team vom VDB, bei den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle in Marburg, die in den letzten Wochen und man muss fast sagen Monaten wirklich weit über das normale Maß sich eingesetzt haben, Überstunden leisten, Wochenendarbeit leisten und voll dabei sind. Das ist ein Einsatz, der so nicht normal ist. Das sind auch größtenteils Leute, die tatsächlich nicht selbst vom Waffenrecht betroffen sind, jetzt nur in der Form, dass sie eben für den Verband arbeiten. Die hängen sich voll rein und identifizieren sich mit der Kampagne und dafür herzlichen Dank. Top Aufruf. Und ja, an der Stelle kann ich nochmal sagen, danke fürs Gespräch, Frank. Merci. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da und wir sehen uns auch hier das nächste Mal bei Kummer Tactical. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.